Werden wir uns wiedersehen? Wirst du und dein Gegenüber, werdet ihr euch wiedersehen? Der Narr. Ja, es wird sehr spontan passieren. Ihr werdet euch wiedersehen und das wird auch überraschend sein. Da ist ein Überraschungsmoment dabei bei diesem Treffen. Es könnte sein, dass es einfach ungeplant ist. Oder wenn das eine Verabredung sein sollte, dann habe ich hier die Leichtigkeit drin und die Lockerheit. Ihr werdet viel Spaß zusammen erleben können.